Das Christkind Von Rainer Maria Rilke Gestorben Stand in gleichgültigen, brutalen, feuchtleuchtenden Lettern in dem dicken, grünen Krankenhausbuch. In derselben Zeile war zu lesen, zweiter Stock, Zimmer 12, Nummer 78, Horvath Elisabeth, Förster Tochter, neun Jahre alt. Der frühe Februarabend sah, wie mit rotgeweinten Büßeraugen, müd und mürrisch in das Zimmer 12. Die grau-weißen Wände der Krankenstube schienen in dem gleichfarbenen Dämmer zu zerfließen, und das schwarze Holzkreuz schwebte frei in der Luft. Die Eisenbetten waren in verschwommenen Umrissen sichtbar. Die dämmerige Atmosphäre lag wie ein Bann auf den Kindern, deren je zwei ein Lager teilten. Irgendwo in dunkler Ecke weinte eines trostlos und leise, ein anderes erzählte mit weicher, vorsichtiger Stimme, als ob es am Bett der kranken Mutter säße, und ein kleines Mädchen, dem Fenster zunächst, hockte aufrecht in den Kissen, die Arme um die aufgestemmten Knie geschlungen. Sein Profil und die rundliche Schulter hoben sich scharf als Silhouette ab von dem blassgrauen Fenster, und die karbol-satte Luft war so dicht, dass es schien, als prallten die schüchternen Laute des plaudernden Mädchens an ihr ab, und nur das versteckte Weinen aus der dunklen Ecke bohrte sich mit spitzen Tönen in das Dämmer. So ist es im Wald an den Nebelnachmittagen des Frühherbstes. Die Stimmen aus Bach und Kraut versickern in dem Dunstmeer, und nur das Wimmern windgequälter Gipfel zittert durch den einsamen Tann. Jetzt trat die wartende Schwester zärtlichen Schrittes in die Stube ein. Sie entzündete die Gasflamme, die, hinter grünem Zeug versteckt, an der Mittelwand des Zimmers angebracht war. Das mondscheinfarbene Licht flutete weich wie eine an flachem Sande landende Welle durch den Raum und beleuchtete fast gleichmäßig die fünf Eisenbetten. Die Schwester aber hob den Vorhang ein wenig beiseite. Ungehemmt, mit rücksichtsloser Gewalt brach das grelle, rote Licht hervor. Eines von den mattschwarzen Wandtäfelchen war jetzt voll beschienen. Es trug die Nummer 78. Das Bett darunter war zerwühlt und leer. Die Schwester trat hinzu, entfernte die Linnen und glättete die Matratzen. Die Kinder waren alle verstummt. Sie folgten jeder Bewegung der Schwester mit geblendeten, lichtscheuen Blicken. Sogar die Kleine in der Ecke weinte nicht mehr. Sie saß aufrecht, den Kopf in beide Fäustchen gelegt, und unter der schneeweißen Stirnbinde glühten ihre Augen, groß wie eine einzige dunkle Frage. Die Wärterin warf ihr die Puppe, die sie im verlassenen Lager gefunden, in den Schoß. Das Kind zuckte nur leicht zusammen und rührte das Spielzeug nicht an. Als starrte es in eine grelle, vernichtende Flamme, sprühte in seinen Fieberaugen ein unsteter, flackernder Widerschein auf. Und in unbestimmtem Bangen verkroch sich das Kind, das das Bett mit ihm teilte, unter die Decke. Da wandte sich die Kleine beim Fenster, und ihre Stimme war wie ein Sonntagslied. Ist die Betty jetzt ein Engel? Die Schwester nickte und lächelte und breitete mit ihren weißen Händen die hellblaue Hülldecke über das leere Bett. Der Tod ist ein Nummerwechsel. Die kleine Elisabeth lag jetzt drunten in der Kammer, deren weiße Außenwände sie oft vom Fenster aus gesehen hatte. Sie war kleiner geworden und brauchte mit ihren abgefrorenen Füßchen wenig Raum in dem schlichten Holzbett, an dem schon die neue Nummer angeheftet war. Die Nummer der Grube da draußen. Die war schon bereit, aber sie gähnte nicht schwarz wie der Rachen eines Untiers. Die hereinbrechende Nacht begann, ein schimmernd weißes Schneenlinnen hineinzuweben, so daß der Platz nett und verlockend aussah wie das Bettchen reicher Kinder. Und die kleine Betty in der stillen Kammer lag so ruhig und getrost da, als wüßte sie das. Die wachsweißen Händchen hielten, wie spielend, ein kleines Holzkreuz, das Haare sonnte wie ein Heiligenschein aus der Spitzenwolke des Sterbekissens, und um die dünnen, blassen Lippen blühte ein wehmütiges Lächeln. So schlingt sich ein Granz im Mortellen um das vergebte Gebetbuchblatt. Lächelt sie, weil sie schon die liebe Mutter gesehen hat, die sie nun seit vier Jahren beim lieben Gott erwartete? War die kleine Seele schon auf jungen, schimmerweißen Falterflügeln durch die grauen Nebel, an lauter lächelnden Sternen vorbei, in die ewige Heimat geflogen? Flatterte sie schon über die weite Milchstraße, wo so viele fleißige Engel sitzen, die immer neue Sterne blasen, wie die Kinder auf Erden Seifenkugeln? War sie vielleicht schon gar nahe beim lieben Gott, der einen großen silbernen Bart haben mußte und eine große leuchtende Krone? Dorthin dürfen doch reine Seelen Und Narben gehen ja nicht durch bis auf die Seele, nicht wahr? Sie kriechen nur über das kleine tote Körperchen wie rote giftige Raupen Und wenn der liebe Gott befiehlt, dass die kleine Elisabeth mit ihrem Körperchen angetan vor ihm erscheinen sollte, so werden die Wunden daran sicher schon heil sein und man wird selbst im Himmel, wo es doch sehr hell ist, nicht einmal einen roten Striemen mehr sehen. Und das ist gut, denn der liebe Gott und die gute Mutter, sie sollen nicht wissen, dass die Stiefmutter die kleine Betty blutig geschlagen hat, und dass sie's nie erfahren, das betete wohl die Kleine mit den blassen gefalteten Händchen und den stillen, toten Lippen in der dunklen Leichenkammer. Seliger Weihnachtstag, da die Kleinen mit voller Ungeduld trippelnden Beinchen und leuchtenden Augen an der verschlossenen Türe lauschen, hinter der sich helle, duftende Wunder vorbereiten, mit wichtiger Miene der Mutter zusehen, die den Festtagsfisch schmort für das Abendessen, und alte Lieder auf den frischen Lippen zum Großmütterchen, das im hohen Ohrenstuhl am plaudernden Fenster träumt, hüpfen und ihm die sanften, faltigen Hände küssen. Und dann kommt wohl auch der Vater heim und bringt Schneeperlen im Bad ein tüchtiges Stück Winter mit und erzählt vom Christkind, das ihm auf verwehten Wegen begegnet ist und daß es Haare wie Eitelgold hat und die Hände voll bunter, prächtiger Dinge. Draußen heult der Sturm und ein Schlitten klingt irgendwo und alles ist so geheimnisvoll und so groß und so feierlich, daß man es nie mehr vergessen kann, ein ganzes Leben nicht. Und die kleine Elisabeth hatte es auch nicht vergessen, daß es einmal so war, als Mutter noch lebte und die fremde Frau mit dem roten Gesicht noch nicht mit am Tische saß. Und sie hockte fröstelnd am Herde, in dem ein wildes, ungastliches Feuer loderte. Ihre Sehnsucht nach der Mutter war auf einmal gar groß. Und als die dicke Frau sie mit Schlägen aus der Küche trieb, da verkroch sie sich wie ein misshandelter Hund in den letzten Winkel unter dem Dache und weinte dort leise vor sich hin. Es war, als löste sich alles Schwere, Dunkle in ihr in diesen lautlosen Tränen. Sie wußte endlich nur, daß heute wieder Weihnachten war und daß alle guten Kinder fröhlich sein müssen, weil das Christkind durch die Welt geht. Der Vater fand sie dort, strich ihr mit zitternden Fingern durchs Haar und schenkte ihr ein paar Kreuzer, einen ganzen Reichtum für das Kind. Und Betty hüpfte empor und schlang mit lachenden, klaren Augen beide Arme fest um des Vaters Hals. Das war wie ein Abschied. Zwei Stunden später trippelte die kleine Vaters Kreuzer in der rechten Faust durch die Gassen des Städtchens. Der Weihnachtstag war weiß und windstill und der körnige Schnee verbrämte wie weißes Pelzwerk die dünnen Schuhe des Kindes. Es lief waldwärts. Bei den letzten Häusern traf es eine kleine Gespielin, die verstellte ihr den Weg und sagte in überlegenem Tone, »Glaubst du, das Christkind kommt auch zu dir?« Betty schlug die großen blauen Augen auf und antwortete mit inniger Überzeugung, »Das Christkind kommt zu allen braven Kindern.« Und die Mittagsglocken klangen groß und ernst in den frostroten Weihnachtstag, als sagten sie ein »Amen« dazu. Beim letzten Krämer kaufte Elisabeth um ihre Kreuzer ein paar Kerzen, eine bunte, lange Flitterkette, Zündhölzchen und ein riesiges Herz aus Lebkuchen. Mit diesen Schätzen beladen lief sie weiter in den Wald, wo ihr schon keine Menschen mehr begegneten als die, die Wegabseits dürres Reisigs suchten, und die sahen vergrämt und erfroren aus und achteten nicht des Kindes. Es gibt eine Stelle im Walde, wo der Abend, der sein Gold, ängstlich wie ein Geizhals hinter den nächsten Berg trägt, zögernd verweilt, als könnte er sich kaum trennen von der schönen Erde. Dort stehen langstielige weiße Blüten und die wiegen dann ihre Pracht im veratmenden Winde, wie Kinder, die dem scheidenden Vater ihre Tücher nachschwenken. So sommers. Allein auch mitten im Winter, da der frühmüde Abend die roten Sohlen durch den schimmernden Schnee schleift, rastet er dort und küßt mit letzter Glut die alte, auch verwitterter Steinsäule wohnende Wegmadonna, die ihm in einsamer Wehmut nachlächelt. Das war der kleinen Elisabeth liebster Platz. Dorthin war sie oft geflüchtet, brennende Schläge auf dem Rücken und hatte der vergessenen Himmelskönigin ihr Leid erzählt wie einer Mutter. Und ihr war oft gewesen, als trüge das Steinbild die Züge des toten Mütterchens. Und nun hatte sie die Stelle noch viel lieber. Solange es Blumen gab, verging kein Tag, ohne dass das Kind den rostigen Nagel am Sockel mit frischem Schmuck verdeckte. Und, Traun, wenn jeder Altar im Lande nur einen solchen Beter fände, Gott müsste der Welt näher kommen. Auch an diesem Weihnachtsabend ging die Kleine den gewohnten Weg und schleppte den Tant, den sie eingekauft hatte, mit sich. Ein stiller Plan machte ihre Augen glänzen und ihre Füßchen eilen. Sie warf der Steinmadonna einen neckisch, ehrfurchtsvollen Blick zu, der besagen sollte, Geld, ich bin brav, heut hast du mich nicht erwartet. Dann ging sie ohne Zagen ans Werk. Jenseits des Pfades, an dem die Beetsäule stand, begann ein junges Tannengehölz. Das kleine Mädchen wählte einen der vordersten Bäume, dessen Spitze es mit ausgestrecktem Arm eben noch erreichen konnte, und spannte die bunte Papierkette um die waagrechten Zweige, auf denen schon fester Schnee wie glitzernder Demandschmuck prangte. Dann tropfte es die Kerzen an den Astenten fest, und zugleich mit den ersten Sternen der Heilsnacht gingen die Lichter an dem einsamen Weihnachtsbaum auf. Das war nun wirklich eine große Pracht. Um die rot-schwählenden Kerzen herum schmolz der Schnee, und das glitzerte und blitzte, daß es eine Freude war. Klein Elisabeth sagte zuerst ein frommes Sprüchlein vor der Mutter Gottes her, und rief, auf das strahlende Bäumchen weisend, »Freut's dich?«, Und dann biss sie gar herzhaft in das Lebkuchenherz und stand mit vollem Backen so nah vor dem leuchtenden Tannenbaum, daß der Widerschein des Ganzen in ihren reinen Augen funkelte. Der ganze weite Wald schien das Christfest mitzufeiern. Die hohen, schwarzen Tannen standen weit im Umkreis wie ehrfurchtsvolle Beter und staunten das just noch so unbedeutende Bäumchen an wie Menschen ein Wunderkind betrachten. Die fernen Sterne sogar schienen sich über der Stelle zusammenzudrängen, um ja nichts von dem Schauspiel zu verlieren und dem lieben Gott und den Engeln und der guten Mutter der kleinen Elisabeth erzählen zu können, was für ein braves Kind sie wäre. Auf den dämmerigen Waldwegen aber kamen große schwarze Vögel in neugierigen Sprüngen näher. Sie könnten auch Hunger haben, dachte das Kind. Betty verspürte keine Furcht und so teilte sie das mächtige Kuchenherz mit den gierigen Gästen. Ihr wart so froh und so selig, dass sie hätte singen mögen, wenn sie nur ein recht schönes, würdiges Lied gewußt hätte. Die Kerzen waren schon ziemlich tief gebrannt, da setzte sich die Kleine zu Füßen des heiligen Bildes hin mit glücklichen Augen und frostblauen Händchen. Aber vom Frieren fühlte sie nichts. Es war so wunderstill um sie, und wenn sie die Augen schloss, so sah sie sich auf dem Schoß der teuren Mutter sitzen in warmer, traulicher Stube. Die Uhr tickte in gemessenem, behäbigem Takte und der Wind schraubte sich in den prasselnden Kamin. Die Mutter strich ihr leise und zärtlich über den Scheitel und küßte sie mit roten, weichen Lippen mitten auf die Stirn. Sie war schön, die Mutter, schön wie die Fee im Märchen von Andersen und trug eine seltsame Krone im reichen, flutenden Haar. Und sie anschauen, das war gut. So kam es, dass die kleine, arme Elisabeth ein schöneres Christfest hatte als die reichen, satten Kinder in den schimmernden Stuben. Sie war sehr glücklich, und dieses Glück leuchtete auf dem kleinen Gesichte, wie sie so zu Füßen der Madonnensäule schlief. Die Händchen waren fest und treu gefaltet, und vom Steinbild floß ein schwarzer Schatten über das lächelnde Kind, als hätte die gnädige Himmelsfrau einen schützenden Schleier darüber gebreitet. Das Bäumchen strahlte noch einmal hell auf in mählich verlöschender Pracht, und es hub ein Schneien an, langsam und feierlich, als schwebten alle Sterne zur Erde nieder. Zwei Waisenkinder gingen an diesem Weihnachtsabend spät aus der Stadt dorfwärts durch den Wald, und sie erzählten dem Pfarrer im Dorfe atemlos mit glänzenden Augen, »Wir haben das Christkind gesehen, mitten im Wald. Es lag neben einem herrlich leuchtenden Bäumchen und ruhte aus. Und es war schön, das Christkind, so schön!« Ende von »Das Christkind« gelesen von »Zon hocus-poccus.» Vielen Dank.